Es war ein Tor! In den letzten Spielen haben wir nur ein Gegentor kassiert, aber im Endeffekt auch nur ein Tor geschossen. Wir müssen umzwischen weiterhin gut stehen, aber auch vorne mal die Stichsätze. Wir spielen gegen die einzige Mannschaft, die hinter uns steht. Wir wollen das Spiel natürlich mit drei Punkten bei uns halten. So gehen wir auch in das Spiel rein. Die Fans sind immer wichtig. Wir hoffen, dass viele Zebras ins Stadion kommen. Wir wollen uns noch mal einfordern, dass viele Fans kommen. Wir wollen es zurückgeben mit einer guten Leistung. Wir wollen unbedingt die Klasse halten und die Fans sind extrem wichtig.